Das stimmt nicht ganz. Es war eigentlich Rachel, die Angst haben. Sie war furchtbar, dass er sie nicht sagen würde, wo Sarah war. Das ist genau das, was ich Angst habe. Ich bin Angst, dass sie nicht alles verletzten. Es war nicht nur das. Sie war bereits Angst, dass Damon mich überrascht. Sie ist wie ihre Mutter. Quicktempered, rash. Ich habe immer Angst, dass ich sie verloren habe, wie ich sie verloren habe. Was passiert dann? Damon hatte ein Knife, wenn wir alle gesehen haben. Aber dann hat er gesagt etwas, was Rachel war. Und sie hat einfach ein Stück von Holz genommen und ihn verletzt. Und dann hat er sie verletzt. Ich denke, dass ich vielleicht etwas hätte gemacht haben. Aber... Wenn er sie verletzt hat, ich mich einfach verletzt. Das ist nicht deine Schuld. Und Frank hat ihn verletzt. Da hat er keiner was für... In so einer Situation... Nichts vor Schreck zu erstarren. Das ist schon... Das ist eine sehr schöne Leistung. Ich empfehle, dass du mir die Wahrheit erzählst. Ich habe gesagt, dass wenn sie sie noch nicht verletzt hat. Ich habe gesagt, dass wenn sie sie noch nicht verletzt hat. Ein paar Minuten später... Sie vielleicht nicht... Dankeschön, Chloe. Du hast meine Welt saved. Es wird ein paar Zeit, bevor Rachel wächst. Ich versuche... Ich werde dir wissen, was sie macht. Okay. Danke. Sie kennen mich. Das war doch. Ja. Das war doch. Stopp. Steph. Ja genau. Wie steht jetzt. Nämlich. Wohl denn. Oh, das wäre ja. Dann hat mich, Frau. Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. A piratenschiff. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up. And then I'll feel better. I owe Frank. Big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he going to come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. That's weird. Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Achtung, angestelltes Akeda Bay-Kartenhaus. Neulich kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihre Patienten deutlich, besonders denen mit dem Teenager-Alter, dass Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn Sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Danke. Ja, das ist, also man schon den Eltern oder den Lehrern eine Schule nicht sagen will. Verständlich. Das passiert noch nicht. Aber bei der Anamnese im Krankenhaus, das fällt man schon nach Möglichkeit. Das wird man noch möglicherweise ehrlich sein. Was muss ich noch hier kurz mal angucken? Das ist so lustig. Hallo Schwester. Und schafft. Ein Flachwitz. Auf Englisch. Aha. Ja, hier verpassen wir auch mal wieder welche. So genau gucke ich da auch nicht nach. Ach. Road of order, Natalie. Hm. Na komm, hat genug Funk. Kommt der Schokoriegel da schon raus. So viel alarmieren ja nicht alle. Nice. I want, like, 20 more of those. I think this vending machine could be improved. Oh, yeah. I get it. Nurse, I'll need my forceps to extract this baby- Oh, ha. Angeschaft freigeschaltet automatisch. Oh. Ein Feueralarm. Damn. Are these all firefighters? Achtung, angestelltes Arcade dabei Krankenhaus. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Patienten durch Erschöpfung, durch Hitze und oder Rauch, Inhalation, Leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt. Mitbringen Sie alle neuen Patienten in Flüge B. Konsortieren Sie Ihren Schichtleiter auf eine Auffrischung in der Patientenaufnahme. Was würde dieser Hot Dog man? Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht ihre Hilfe. Ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicher zu machen. Ich hab doch nichts. Was soll ich hier spenden? Mal sehen, was ich habe. Drogen Geld, Dornation Geld. Das ist fast... Poetisch. Aber... Das werden ja wohl nicht spenden. Oha. Sie sollten ein Feuerwehrleute nach mir nennen. Jetzt haben wir das Drogengeld gespendet. Na toll. Das hat man gebraucht für die Flucht. Also das ist das Zimmer von... Was ist das Drew? Wohin dann. Danke. Hallo. Sir North? Das ist mir. Und du seid? Ich bin Chloe. Du seid hier zu sehen Drew? Ja. Ja. Wie geht's... Wie geht's alles? Oh, du weißt, wie es ist. Ups und downs. Drew ist schuldig, natürlich. Aber ich bin zwischen dem Job, also habe ich viel Zeit zu besuchen. Du weißt? Ja. Ja. Oh, nein. Du sagst, du war Chloe. Mikey hat dich ein paar Mal erwähnt. Ich habe eine Frage, vielleicht kannst du antworten. S-sure. Both of those boys have been acting a little... ...well... ...guilty, lately. Ja. Ich habe, ich habe, die meisten meiner Zeit zu suchen. Ich bin Angst, dass ich etwas wichtig habe. Das ist wichtig. Du weißt, ob etwas passiert mit ihnen? Du solltest wahrscheinlich fragen, Drew. Ich... ...dann ich wirklich keine Details. Ich weiß, dass... ...was auch es ist... ... sie gemacht haben, weil sie dich wollten. Ich kann dir helfen. Danke, Chloe. Ich weiß, dass sie mich versuchen, zu helfen. Geldwissen. Wir sind eine Familie. Du weißt? Wir arbeiten mit Dingen zusammen. Oh, Entschuldigung. Ich bin... ...wenn ich gerade oft gefallen... ... das... ... mir gefällt... ... die... ... die hier auf Englisch... ... dieses... ...between two jobs... ...was er gesagt hat. Ich bin... ... also... ... ich bin... ... also... ... ich bin... ... also... ... ich bin... ... zwischen zwei Jobs... ... zwischen zwei Berufen. ... das ist... ... wundervoll... ... das ist... ... man... ... man sagt nicht arbeitslos... ... also... ... ich bin... ... also... ... ich bin... ... also... ... ich bin... ... ich bin... ... zwischen... ... also... ... schon... ... allein schon... ... das ist schon der... ... ich habe gleich den nächsten Job... ... also... ... es geht schon... ... es ist ja gleich die... ... die Annahme... ... ich bin gleich schon im nächsten Job... ... ich bin... ... ich bin nur dazwischen... ... also das ist nur ein Übergangsding... Das klingt arbeitslos so endgültig. Vielleicht wird es auch gar nichts mehr, versteht ihr? Bist du noch hier? Wir sind im Zimmer 7, 8, 5, falls du es vergessen hast. Cool. Gehen wir mal rein. Oh, in den neuen aufgeschnetzten Skala. Hey, du hast es geschafft. Oh, das ist hart. Hey Chloe. Hey Drew. Gehen wir mal kurz. Das Schmerzensbaummeter mit den Smilies. Das war's. Das war's. actually it's too early to tell sorry to hear it it's it's all good love the hair by the way pretty cool I bet you'd look cool with a little color yeah I'll have to think about it maybe something red hey any news about Rachel her mom seemed hopeful Rachel's stable she'll probably wake up soon how'd she get hurt you'll think I'm joking when I tell you but I'm not what happened she got stabbed in the arm by demon fucking Merrick seriously it wasn't because of me was it no somehow we've got our own shit with him now that's crazy fuck that guy I wish I could get my hands on him Drew chill out okay I'm headed out everything okay in here yep yeah don't have too much fun now try to keep it appropriate for the hospital bye dad see ya pops man maybe I shouldn't have mentioned damon yeah why not Rachel's gonna be up soon should probably head over when I'm ready wait board in eight out of ten in eight out of ten in nine gibt es gar nicht in zweier Schritten zwei, vier, sechs, acht, zehn no pain, little pain, moderate pain, several pain, several pain, always several pain, worst pain possible triple anlassen okay in biohausaufgaben nimmst du noch an der prüfung montag teil mehrfach auswahl als alle ungeraden fragen auf seite 237 frei antwort fragen 1367 auf seite 259 wenn du dich fit genug fühlst ich arbeite an einem artikel über bestimmte freizeitaktivitäten in black world hier kannst du mir einige fragen beantworten erhol dich gut das muss sein von Stef's Eltern oh ich will das jetzt essen schluck ein pudding look at that wells being nice for a change oh ich möchte mein tiefsten Beinett für Plätzungen ausdrücken strebe nach blackwild strebe nach blackwild zu einer sicheren Umgebung zu machen, wie alle Schüler willkommen heißen. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Streben in vieler Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell und ihre baldige Genesung von Blackwell sich ihrer Abwesenheit schmerzt sich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass ihre Trainer bereit sind, ein Bedürfnis zu erfüllen, die zu ihrer Genesung, Gesundung, Erfolg erforderlich sein könnten. Aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nichts anderes, als mich verantwortlich zu fühlen. Suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal. Falls es irgendwas gibt, das ich tun kann, damit sie sich nach ihrer Rückkehr sicherer fühlen, zögern Sie bitte nicht, mich da, mir dies mitzuteilen. von den großen Direktoren über uns. Ah ja. Hey Drew, das mit diesem Deinen Bein tut mir leid. Wir werden dein Talent und deine Führungsqualität auf dem Feld vermissen. Während du dich erholst, werde wieder fit und lass es mich wissen, wenn du das brauchst. Coach McKenna. Okay, vielleicht kann ja sein Vater, Drews Vater, den Sicherheitschef übernehmen. Ich meine, ich weiß, wer es werden wird. Wir haben T1 schon gespielt, aber warum nicht sein Vater? Also. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. Drew's been in a lot of pain today. Drew's been in a lot of pain today. Ah, okay. I think the football team needs thicker Helmets. Ja, definitiv zu viele Konkussionen. Jetzt kannst du ohne Angst spielen. Du hast es drauf, Mann. Logan, bewahr ein paar Schmerztabletten, fülle ich mich auf. Zeig. Du hast den schlimmsten Bio-Test aller Zeiten verpasst. Amund erholt dich, Jackson. Ich kann es mit Genesungswünschen, sehr schön. Ich kann auch mit ihm noch mal reden. Ich kann es mit ihm noch mal reden. Ich bin kind of tired. Oh. Oh. Right. Right. I'll, um. I'll leave you alone. Mhm. Oh, wait, Triloten. Sehr schön. Alright. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah. Tell Rachel we're rooting for her. You bet. Ah, I think James Amber here. Rachel is right up here. She's right up here. She's right up here. She's right up here. I would definitely see you. Thank you. Oha. And then, now, quickly. Okay, now, let's say it. Das richtige Essen hält sich gesund und munter. Hm, bis du stollen wirst. Ja. That's Rachel's Zimmer. Ah, okay. Okay. Chloe, ich kann nicht sogar sagen, danke dir so viel. Ich bin sorry, ich bin ein Wreck. Ich habe rausgebracht, um ein bisschen zu bekommen. Rachel, das nicht, ich grüße in front of sie. Your hair. Ich habe fast nicht gesehen. Oh. Ja. Es ist... Es ist kein Problem. Ich glaube, Rachel mag es. Ich kann nicht vorstellen, was ich würde, wenn wir sie verloren haben. Ich auch. Du bist so nah dran geworden, hast du? Ja. Es ist weird, zu denken, dass wir ein paar Tage haben. Wenn du jemanden möchtest, der alles verändert, wirst du nur wissen. Na, steig da rein. Das ist Amber. Ich werde. Keine Besucher. Hm? Okay, das wollte ich nicht. Sorry, das wollte ich nicht. Was ist Rachel? Nathan? 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 Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Was ist. Ich werde. I just called to tell you that I miss you, my old friend, burning the midnight hole again.